Hallo Kinder, die Monate, das Jahr, im Januar beginnt das neue Jahr, im Februar feiern wir Karneval, im März kommen die ersten Blumen aus der Erde, im April ist Ostern, das Gras wird wieder grün und die Tage werden länger, im Mai habe ich meinen Geburtstag, im Juni beginnt der Sommer, im Juli beginnen die Sommerferien und viele Familien fahren in den Urlaub, im August ist es warm und viele Kinder gehen ins Schwimmbad, im September beginnt der Herbst, die Äpfel werden reif und es ist oft noch warm, im Oktober werden die Blätter bunt und fallen von den Bäumen, im November gibt es Nebel, Sturm und manchmal sogar Schnee, im Dezember feiern wir Weihnachten und Silvester, der Winter beginnt, das ist alles, tschüss.